Auch heute am Samstag herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelese-Andacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Apostelschichte 9, 10 bis 19 ist der heute vorgeschlagene Text der ökumenischen Bibellese, den wir gemeinsam anschauen wollen, am Samstag, den 17. Juni 2017 heute und dann das Thema bedenken wollen, tun, was Gott vorbereitet hat. Das eine ist ja, dass wir grundsätzlich Gottes Willen tun wollen, wenn wir Jesus folgen, gar keine Frage. Das andere ist, wie konkret ist denn das, was Gott vorbereitet hat, dass wir tun sollen? Und dazu hat dieser Text viel Spannendes zu sagen. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach Hananias und er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin. Denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage, vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und zugleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Wie mag es dem Hananias gegangen sein? Er erfährt, wie Jesus ihm ganz konkret den Auftrag gibt, zu diesem Saulus zu gehen. Und das ist eine, aus seiner Perspektive, hochgradige, gefährliche, ja beinahe abstruse Unternehmung. Wie kann er das wirklich tun? Sich selbst gefährden, den Christenverfolger, den schärfsten Christenverfolger aufzusuchen. Und es bedarf mehrerer Wiederholungen und auch weitere Erläuterungen des Herrn, bis Hananias sagt, ja, dann gehe ich, dann mache ich das. Und Hananias erlebt etwas Sensationelles. Er erlebt, wie er in eine von Gott komplett vorbereitete Situation kommt. Der Saulus hat geträumt, dass der Hananias kommt. Der Saulus hat geträumt, dass er wieder sehend wird. Hananias kommt als sozusagen die Erfüllung des Traumes von Saulus und sagt ihm im Namen Jesu das, was jetzt passieren wird. Und er wird wieder sehend. Und sie erkennen sich als Brüder im Glauben an Jesus Christus. Das muss für den Hananias total überwältigend gewesen sein. Und für den Saulus auch. Dass Gott, dass Jesus sich so persönlich um ihn kümmert, dass er ihm den Hananias schickt, das ist sensationell. Gott schickt seine Leute in vorbereitete Situationen. Da sprach der Herr zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit dem Namen Saulus von Tasos, denn siehe, er betet. Das war das Erste, wozu Hananias aufgefordert wird durch Jesus. Und das zu glauben, das war für ihn der entscheidende Schritt. Das ist ja bei uns genauso, wenn wir einen geistlichen Eindruck haben, was als nächstes kommen soll, was Gott will, dass wir tun sollen, zu glauben, dass es wirklich so ist. Solange wir zweifeln oder das alles in Frage stellen, solange wir nicht gewiss sind in unserem Herzen, solange werden wir uns ja auch nicht in Bewegung setzen. Deshalb ist dieses Thema heute so wichtig, dass wir verstehen, es geht darum, dass wir die vorbereiteten Verhältnisse entdecken, die Gott schon vorbereitet hat. So wie es weitergeht im Vers 12, und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Gott hat diese Situation komplett vorbereitet. Und der Saulus, der hat davon geträumt, und Hananias bekommt das hier zur Kenntnis vom Herrn, damit er sich traut, diesen Weg zu gehen. Und genau das alles geschieht. Warum? Weil Hananias glaubt, und zwar nicht allgemein und grundsätzlich, sondern konkret und aktuell, auf jetzt und hier bezogen. Jesus hat zu ihm geredet und er glaubt dem, was er gehört hat und er lebt es. Natürlich ist es ganz schwer, die Stimme Jesu zu unterscheiden von eigenen Ideen und Wünschen, von den Stimmen anderer, von Einbildungen und vielleicht manchmal auch Größenfantasien. Es ist gar nicht so einfach, die Stimme Jesu zu unterscheiden von anderen Stimmen, aber man kann es lernen. Hananias hat es offensichtlich auch gemerkt, dass das der Herr selber war. Und so gibt es Situationen, wo uns Gott darauf hinweist, dass er etwas vorbereitet hat. Und oft ist es so, dass wir einwilligen müssen, dass wir einfach den nächsten Schritt gehen müssen, damit etwas Wirklichkeit werden kann. Manchmal ist es nur ein Anruf bei jemandem und es tut sich eine Tür auf. Wie oft habe ich erlebt, dass zum Beispiel Leute in mein Leben reingeschneit sind und mir etwas gesagt haben, was total bestätigte, was ich vorher als Eindruck von Gott her hatte und mir unsicher war. Gott schickt oft auch andere zur Bestätigung, dass wir erkennen, ach, das ist jetzt wirklich der Wille Gottes für mich, dass ich das und das tun soll. Und so geht es um die vorbereiteten Taten, die wir tun sollen. Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken. Das ist ein hoher geistlicher Anspruch und es bedarf viel Übung und gemeinsamer Versuche, einzelner Versuche, die Bereitschaft, Fehler zu machen und daraus zu lernen, aber vor allen Dingen die Bereitschaft, tatsächlich Glaubensschritte zu wagen, um zu erfahren, dass es auch heute eine geistliche Realität ist. Wir reden ja nicht von einem Museum, wenn wir von der Gemeinde Jesus sprechen, wo wir bestaunen würden, was vor 2000 Jahren alles wirklich passiert ist, als geschichtlicher Rückblick. Das ist auch ein Teil des Christentums, dass wir zurückblicken und uns inspirieren lassen von dem, was damals geschehen ist. Aber vor allen Dingen ruft uns das Neue Testament ja dazu auf, dass wir heute so im Glauben leben, wie die damals im Glauben gelebt haben. Das ist ja das Eigentliche. Die gleiche Wirklichkeit umgibt uns ja, wie damals die Christen auch. Nämlich die Wirklichkeit des Himmels, die Wirklichkeit des auferstandenen Jesus um uns herum, die Wirklichkeit des Heiligen Geistes in unserem Herzen, die Wirklichkeit Gottes mitten im Diesseits, unsichtbar, aber wirklich. Und darauf gilt es sich einzulassen. Glaube hat nichts mit Museum zu tun, sondern Glaube hat etwas damit zu tun, dass wir heute lebendig leben, was damals die Jünger und die Apostel auch gelebt haben. Und das gilt auch heute. Und deshalb gilt es immer neu herauszufinden, was hat Gott vorbereitet? Was hat Gott vorbereitet in deinem Leben? Was sind deine nächsten Schritte? Wo spürst du, dass Gott dich hinzieht? In einen Dienst, in eine Aufgabe, in eine Berufung. Wo spürst du, dass Gott dich ruft? In eine Versöhnung, in eine Seelsorge. Wo spürst du, dass Gott dich ruft? Auf einen Weg, den du gehen sollst. Wo du noch nicht das Ende des Weges kennst, aber wo du ganz deutlich spürst, der Herr beruft mich, den Anfang dieses Weges zu gehen. Dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich ermutigen, es tatsächlich zu wagen und im Glauben Schritte zu gehen und gucken, ob es sich bestätigt. Manchmal bestätigt es sich nicht, weil wir uns verhört haben oder weil wir irgendwie falsch orientiert waren. Das kommt vor. Aber ganz oft wird es auch ein Volltreffer, weil sich doch der Heilige Geist durchsetzen kann in unserem Inneren und dass wir doch verstehen, was tatsächlich von Gott her dran ist. Und darum möchte ich gerne beten. Herr Jesus, danke, dass du damals Hananias und Saulus so fantastisch zusammengeführt hast, dass das geschehen konnte, was du auf dem Herzen hattest, nämlich aus dem Saulus ein Paulus zu machen, ihn vom Christenverfolger zum großen Missionar zu machen. Und ihn gleichzeitig von dem, der Leid zugefügt hat, zu einem zu machen, der bereit war zu leiden für dich. Und Paulus hat ja sehr viel für dich gelitten. Danke für deine himmlische Regie und diese Möglichkeit, dass du einen Hananias senden konntest, weil er dir konkret und aktuell vertraut hat. Und jetzt bitte ich dich für mich und bitte ich dich für jeden, der diese Atempause sieht und hört, dass wir das wagen und dass wir uns darauf einlassen, deine Stimme zu hören und dann Schritte des Glaubens zu gehen und konkret zu erleben, dass du heute uns gebrauchst, dass du heute Wegführung schenkst, Leitung deines Heiligen Geistes, dass du Wege führst und dass wir am Ende staunen können, wie du uns gebrauchst, um deine gute Herrschaft auszubreiten, mitten in dieser Welt. Und so bitte ich dich, gib du uns den Glaubensmut zu tun, was du uns zeigst, ganz konkret. Und dann zu sehen, wie es Wirklichkeit wird, weil du von der unsichtbaren Wirklichkeit des Himmels Regie führst, mitten in unserer Diesseitigkeit. Danke, dass du uns leiten willst und dass wir uns ganz tief auf diese Wirklichkeit, auf diese Dimension unserer Nachfolge einlassen dürfen. Amen. Vielleicht kannst du jetzt in einer persönlichen Gebetszeit genau das ins Gebet nehmen und Jesus sagen, welchen Eindruck du hast, was du tun sollst und den Mut fassen, es tatsächlich anzupacken und diese ganze Sache im Gebet vorzubereiten und im Gebet durchzuführen. Und dann werden wir sehen, dann wirst du sehen, dass auch heute Gott uns in vorbereitete Verhältnisse schickt und dass er uns gebrauchen kann, so wie er Hananias gebraucht hat. In diesem Sinne, Gott segne dich, Gott behüte dich, darin zu tun, was Gott vorbereitet hat. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen dann wiedersehen zur Atempause am Sonntag. Bis dahin! Und ich freue mich,